Sky, das besondere Sehen. Auf den ersten Blick sieht man Stille, Langeweile, Chaos und Verantwortung. Man sieht etwas Unbekanntes, Trost und Begeisterung. Man sieht Kraft, ein Fest und Unendlichkeit. Aber wenn uns etwas die Augen öffnet, wenn wir von etwas, das wir sehen, berührt werden, dann wird plötzlich jeder Moment einzigartig und kostbar. Dann entdecken wir Magie in jedem Augenblick. Aus Stille wird atemberaubende Natur. Wir sehen Freundschaft, absolute Harmonie und zwei Kinder statt einem. Wir entdecken Aliens auf der Erde und etwas, auf das wir ewig gewartet haben. Wir sehen das Unmögliche wahr wird. Wie Gefühle Muskeln Kraft geben. Und ein Fest für Millionen. Willkommen in Ihrer neuen Welt des Entertainments. Willkommen auf Sky. Und auf Wpi... Sky.